Hallo, mein Name ist Karin Wuschenbett und oft werde ich gefragt, was unser Activity-Programm ist, wie das also funktioniert, ob die Betreuer dabei sind und wie die Teilnahme ist, also ob du das freiwillig mitmachen kannst. Wir haben das Activity-Programm organisiert durch die Betreuer, also deine Betreuer sind immer dabei, täglich wird das angeboten am Nachmittag und am Abend und es gibt immer mindestens ein Angebot, was du machen kannst, wo du teilnehmen kannst. Das kann also dann sein Sport oder etwas Kreatives in Form eines Workshops, Karaoke, Filmabende und es wird natürlich noch viel mehr angeboten. Das Programm ist grundsätzlich freiwillig, aber wenn du jünger als 13 Jahre alt bist, dann ist es noch verpflichtend für dich. Was du aber auch sonst machen kannst, du kannst natürlich in der IP-Lounge abhängen und wenn du älter bist als 13, kannst du dich auch frei in Gruppen ab drei Personen bewegen.